Let's go, hallo! Damit herzlich willkommen zurück bei Wir wissen nämlich welchen Weg wir müssen Weil wir irgendwie drei unterschiedliche Pressmarker haben B.S.N. heißt das Spiel aber auch? Wir gehen damit hin Ja, zu Verwirrungen im Game Wir gehen halt zu einer Hackerhülle Jetzt sind wir hier schon Oh, blablab Protect me So, den wollte ich erschießen, nicht protecten Ah Der hat's eigentlich vorhin auch in der andere Richtung angezeigt Und jetzt dann doch nicht mehr einmal Okay, alle füllt Ja Okay, wieder Spann Warte, wir müssen dir folgen Weil Warte, mir geht's Ich bin verwirrt Oh, hier geht's runter Äh Ich soll dir aber wissen, wo der mich hinführen will 1,2 Kilometer von hier? Wenn du drückst Ne, jetzt zeigt er wieder die Richtung Warte Okay, gut Ich glaube Okay, okay Ich Hier gibt's ne Treppe nach unten Das sieht doch so aus, als könnte es da runter gehen Also Hier, wenn du hier links runter guckst Oh Hier, wenn du hier links runter guckst Wird mir gerne gezeigt Ich Ich will trotzdem hier Ich lauf mal vor Ich guck mal, wo ich Wo ich hier hin kann Weil das sieht zu hause Wird es hier Wo, wo, wo Bis zu blau oder bis zu Lieder Ich bin Was bin ich denn? Weiß ich nicht Ich bin dunkelblau Felix Hellblau Ja Diesen Gegner Dann haben wir Ja Dunkelblau Nicht jeder Okay Hier geht's nicht mehr weiter Okay Oh Kiste aber Mal liegen Mal liegen Wie kommen wir denn liegen? Hier ist gesperrt Hier ist noch eine Kiste Hier war noch Gegner So, ich bin jetzt wieder bei dem Segment, wo ich auf euch werfen werde müssen Ja Genau Da bin ich wieder Okay, dann gehen wir vielleicht doch Also das ist schon manchmal ein bisschen strange hier Geben Ja, nein, ich meine, das ist gerade das rausgekommen Geht's schon noch mal den ein oder anderen übersehenden Bug geben, aber Schon komisch Ähm Hm Noch ne Waffe Hast du mal, haben wir das nochmal, die Mission nochmal neu rein? Genau Ja, mehrfach Okay Ich habe euch ja alles gelootet Billy hat den ganzen Planeten ja gelootet, alles Geht's Wo man's geil ne? Asche auf, alles eingepackt Alles im Moment Alles im Moment Geht's auf der Planet Ja Lauf ich hier richtig? Ich weiß es nicht Komm näher, das reicht schon Oh, es ist hell Ach du bist da unten, shit Okay Oh, wir sind hier, oh, ich äh, 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 ich bin schon unten Ist ja unten oder oben? Ist ja unten oder oben? Ist ja auch hier Kommen wir's da runter? Hey, die Brücke ist jetzt offen Oh, ist wirklich ein Meldgeschoss, okay, okay, weil ich weiß, wo Die Brücke ist jetzt eine kleine Leer offen, ne? Achta So, wo geht's aber Außer ist noch ein tiefer Oh ne, dann kommen wir hier raus, okay Einfach die ganzen Treppen runter springen So Und hoch springen Alles gut Oh, wir sind beide unten Oh, wir sind Oh, das stimmt Warte, hast du gerade Polizisten überwartet hast? Ja Gut gemacht Was ist jetzt? Und, das ist nur Oh, Geht noch Oh, Zivilisten Oh, ich hab Zivilisten Yo! Geile Disco hier. Schon mal ein bisschen Party machen? Sind das Freunde oder Feinde? Oh, das sind Freunde. Ah, der will 3. Okay, wo da rum ist man hin? Äh, hier hoch. Hier mitzweiter. Jo, hier. Hallo Herr Professor, wie geht es Ihnen? Ich habe heute keine Tat. Du bist so hoch für diese Tat oder was? Mist, wie? Hey! Hier kommt keiner mehr raus. Ah, ich hab's geschafft. Oh man. Ey, jetzt ist bei mir auch wieder die Richtung. What the fuck? Okay. Scheint hier schon richtig zu sein. Oh, Gegner. Hallo. Ja, man merkt ein bisschen das Upgrade darauf hin. Und sich. Was ist passiert? Ach du Scheiße, ich hab dir alle Gegner, ich bedau. Oh. Aber mir ist das Spiel abgeschmiert. Oh. Das wäre so optimal. Trilly, hast du diesmal den Trump gemacht? Nee. Weil hier sind alle Gegner noch. Weil hier sind alle Gegner noch. Ich guck mal, ob ich tryen kann. Ja. 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 Ich hab einen Kawaii-Shirt-Skin bekommen. Kawaii. Kann ich das schon ausrüsten? Nee. Wo kann ich denn überhaupt Skins auswählen? Ist die Frage. Also ich konnte Skins auswählen bei dem Dude, der auch die Transplantation gemacht hat. Ja. Dann muss ich später gucken. Glaube ich. Äh, nee. Korrektur. Bei dem Waffen Dude. Äh, dem Crafting. Upgrade. Ah. Das funktioniert. Okay. Äh, hier müssen wir aber lang. Und nicht da. Hier. Na gut, wir müssen der hinterher, weil bei der funktioniert's. Bei mir ist es wieder eine andere Richtung. Bei mir zeigt er noch richtig, glaube ich. Noch. Oh. Na, sorry. Er hat mich zuerst angeschaut. Ohh. Level A. Hm. Mal mal passen. Na, wir sind doch mittlerweile auch ähnlich hoch. Warte, welches Level sind wir? Biss denn oh. Oh, ne? Oh. Ähh. Zu viel Sorge. ein bürger ist schon mal der kaputt und mehr für points für die teilung für jemanden noch ein schatz gehen die sende kopfgeld er hatte kopfgeld nice wir wissen sogar wo wir den einlösen das nächste kamera die wir aufstellen müssen von der quest arla anrufen man tut mir schon leid die können nichts dafür die sitzen aber nur hier weiß ich habe wieder alle rein halten sagen meine revolver macht schon viel schaden aber so lange wie ich nachladen muss ist das definitiv nicht ich habe sehr viele ich habe einen gekauft gehabt der sah eigentlich ziemlich gut aus aber aber verhältnis zu der dauer die ich nachladen muss ist das nicht genau ich bin ja auch das ich habe ein Problem ja und großen 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 groß groß mit dem das ist ja ich komme nicht raus nicht hin oder gut dass ich jetzt alle zwischen drei Kräger so zu kommen oh er hat es raus geschafft oh fuck oh ich bin tot was war hier los der Türsteher war einfach Level 21 ja wo wir da wieder rein gerannt sind oh ein Hotel ist doch bestimmt schön hier lol es kommt ja jetzt eigentlich die Schädelanimation die Animation selber kam nicht ich sehe das Menü aber ich kann meine Maus nicht bewegen wo äh hallo ja Mr. Host ich werde es wohl mit dem Task Manager schließen müssen du 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 also sie haben noch ein paar Bugs auszubügeln so scheint mir ja bleibt wohl nichts anderes südbrisch ne so was sagt denn der Zeiger für die Folge mhm wär ne ne kurze Folge aber ne angenehme kurze mit 15 Minuten ein Controller geht voll ab oh ja der Säcke da haben wir uns mal aus verloren tut 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 nur weil ich äh sowieso dann wahrscheinlich noch ein Part machen würde ja muss mich morgen relativ früh raus also morgen eher so in den 6 Stunden aber ja ein bisschen später schon aber nicht so viel später was hab ich gesagt 9.45 Uhr so gut ist das mit das mit stein das mit das mit spiel du dürftest hast du die Folge jetzt beendet oder hast du nur weiter ich schaue nichts mehr ne okay ja dann das einfach die Folge weiter machen wir machen abgeben äh fortfahren du kannst bei irgendwelche Aufnahmen in irgendeinem Format kann man doch auch pausieren mhm aber nicht in MP4 oder MOV oder so genau er gibt mir trotzdem die Möglichkeit das zu machen aber ich wette wenn ich drauf drücke oder irgendwas mache dann meckert er yo geht nicht ich bin mir nicht sicher welches Format es war das musst du mal ausprobieren aber ne ich jetzt so lange das Videoschnittprogramm da nix dagegen hat da kann man das bestimmt vielleicht noch testen so wo sind wir wieder sind wir zuhause ich krieg schon wieder die ganzen Tutorials man oh ne wir sind in der Nähe hä jetzt werde ich aber auch in die andere Richtung geschickt bei mir zeigt es noch in die Richtung nach unten äh jetzt werde ich in die Richtung hier geschickt wo ist der vídeo kaaht gut du hast dich voll voll vor mich gestellt dass alle Patronen abgefangen hast auf jeden fall eine saubere schießerei ich bin da ich bin jetzt da was hat man davon wenn man jemanden redzt die sind zwar nicht high level aber die kriegen wir uns halt weil menge ich glaube du musst es jetzt versuchen sonst klappt das nicht okay es klappt einfach nicht holy shit aber jetzt kann ich wenigstens weiter drücken wieder das ist doch schön wir versuchen mal schießt mal nicht versuchen wir einfach durchzulaufen einer hat geschossen aber okay jetzt müssen wir die mit die gerade auf dem weg sind ich weiß nicht ob das funktioniert weil hier sind auch einige unfreundliche große aber wir werden ja sehen das waren aber nur die gruppe zum glück blick legt aus doch eigentlich ganz gut durchlaufen ja mal sehen tut es aber nur in leben leben einfach durchlaufen billy wir müssen nicht zum metro ich wollte noch gucken ob ich da wasser freischalten muss oder so es kann sein jetzt bin ich gespannt ob wir vor der tür stehen und dann doch nichts geht ich kann was triggern und nicht machen damit waren wir auf jeden fall noch nicht das ist ein safe zone 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 ollo nicht knock hat yo wir haben auch diesen komischen VR helm auf diese drei idioten hat bei euch der stuhl auch gerade ne das hat der dinge gemacht ja mal bei mir hat der zweite stuhl der links stand einfach durch die gegend gewirbelt einfach gar nichts passiert ok ne wieso wandt mein typ gegen die wand ah jetzt kurz ha 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 pöne h h kre da durch pöne hol Okay, ich werde dir helfen. Aber das ist nicht für Poon. Was hast du gesagt? Ich bin bereits auf den Verwaltungs-Server geflogen. Lass uns einen schauen. Es scheint, dass ein paar nicht valide Tags über ein Scan-Gate auf dem Cosmodrome ein paar Sub-Zyklen vorgegangen sind. Die Biometriken matchen deinen Habers, aber... Ähm. 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 Die Richtung, wo er geguckt hat, war richtig, aber... Dieses imaginäre Tassafone? Nee, das ist zu Zukunft für mich. Ja, okay. Hey, wir können den Knoten verknötern. Oh, Crafting. Aber hier ist nur Waffen-Skin, kein... Hier geht bei mir auch nur Default als Waffen-Skin. Ich bin verwirrt. Oh, neuer Helm. Ich bin verwirrt. Oh, neuer Helm. Oh, neuer Helm. Oh, neuer Helm? gut zu kommen jungs der um einiges besser ist wie heute aber 1 2 1 aussieht so hose ganz eine neue doch der bürger ist gut und ich bin wie ein tier geworden aber keine neue rüstung aber jetzt sehe ich auch dass ich drei von diesen rucksäcken stehe stasi-bronie hier ist richtig krasse beine what the fuck ja spaß gehen darauf was machte das küro da es bürosimiert es bürgert bürgert es bürrott bürrottet riebensstifte hast du aufgesammelt selbstverständlich habe ich mich verlaufen 1125 meter mit dem taxi das vielleicht können wir mit dem taxi taxi antwortet nicht aber wir drin sind können wir denn raus gehen das ist doch mal taxi und wir schaffen es auch zur tür 1600 ok aber das war es jetzt für diese folge wieder dankeschön fürs sehen gut geredet gut gelabert bis zum nächsten mal tschüss tschüss